Die Geist-Körper-Verbindung Alles, was in Ihrem Kopf vorgeht, wirkt sich direkt auf Ihren Körper aus. Dies ist einer der Gründe, warum Stress und Angst dazu führen können, dass Sie sich so müde und erschöpft fühlen. Depressionen und andere psychische Erkrankungen können ebenfalls zu Bluthochdruck, chronischen Krankheiten und anderen Gesundheitsproblemen führen. Das Verständnis der Geist-Körper-Verbindung kann Ihnen helfen, in jeder Hinsicht gesund zu sein. Ihre Beziehung zu sich selbst und zu Ihrem Körper muss vollständig sein, bevor Sie beginnen können, mit anderen Menschen und in anderen Beziehungen vollständig zu sein. Wenn Sie verstehen, wie Ihr Geist und Ihr Körper miteinander verbunden sind, können Sie sich innerlich und äußerlich ganz fühlen. Dieser Kurs gibt Ihnen eine Anleitung, wie Sie körperliche, geistige und spirituelle Ganzheit und Erfüllung erreichen können. Behandelten Themen 5 Einfache Möglichkeiten Ihren Geist nach einer harten Woche zu heilen 5 Anzeichen dafür, dass Ihre physischen und mentalen Wesen getrennt sind 5 Einfache Praktiken, um Ihre körperliche, geistige und spirituelle Gesundheit zu meistern 5 Tipps, um vergangene Traumata zu heilen und ganz zu werden Ganzsein beginnt bei Dir Intuition ist der Schlüssel zum Ganzsein Intuitives Essen für körperliche, geistige und geistige Gesundheit Kümmern Sie sich um Ihren Geist, um sich um Ihren Körper zu kümmern, die Beziehung zwischen Spiritualität und Ihrer Gesundheit, was bedeutet ganz sein? 9 Tipps, die Geist-Körper-Verbindung zu verbessern, die nichts kosten 5 Einfache Möglichkeiten Ihren Geist nach einer harten Woche zu heilen Heute werden wir über fünf einfache Möglichkeiten sprechen, wie Sie Ihren Geist nach einer harten Woche heilen können. Manche Wochen sind schwieriger als andere und Ihre normalen Übungen reichen einfach nicht aus. Hier sind also einige zusätzliche Möglichkeiten Ihren Geist zu heilen, wenn normale Übungen einfach nicht ausreichen. Als erstes werfen wir einen Blick auf die Theorie der Maslowschen Bedürfnispyramide. Die grundlegende Prämisse ist, dass jeder die bestmögliche Version von sich selbst sein möchte, aber diese Selbstverwirklichung kann nicht verwirklicht werden, bis grundlegendere Bedürfnisse erfüllt sind. Dieses Konzept ist eine Pyramide, bei der die Grundbedürfnisse als Grundlage ganz unten stehen. Dazu gehören Nahrung, Wasser, Atmung und die Homöostase des Körpers. Bevor Sie sich also gut fühlen können, müssen Sie zuerst sicherstellen, dass Sie die richtige Nahrung, Ruhe und Wasser zu sich genommen haben. Sogar auf gute Temperaturen und Blutzucker muss man sich konzentrieren, bevor man fortfährt. Achte also nach einer anstrengenden Woche auf ausreichend Schlaf, eine gute Mahlzeit und viel Flüssigkeit. Du wärst überrascht, wie das allein deine Denkweise verändern kann. Die zweite einfache Möglichkeit, Ihren Geist zu heilen, besteht darin, eine Dankbarkeitsliste zu schreiben. Indem Sie Dinge und Menschen auflisten, für die Sie dankbar sind, können Sie die positive Denkweise, an der Sie gearbeitet haben, weiter stärken. Probieren Sie an stressigen Tagen mindestens fünf Dinge aus. Und ernst nehmen. Es mag im Moment schwierig sein, etwas Positives zu finden, aber wenn Sie sich hinsetzen und sich anstrengen, können Sie Dinge finden, für die Sie dankbar sind. Die dritte Übung besteht darin, sich Zeit für Ruhe zu nehmen. Das ist etwas, was Sie bereits tun, aber in arbeitsreichen Wochen kann dies nach unten rutschen. Wenn alles sofort erledigt werden muss und Sie einen Job, Haustiere und Menschen haben, die alle ihre Aufmerksamkeit brauchen, kann diese ruhige Zeit wie ein zukünftiger Traum erscheinen. Nehmen Sie sich nach einer besonders anstrengenden Woche Zeit für sich. Machen Sie alleine einen langen Spaziergang und finden Sie einen ruhigen, friedlichen Platz zum sitzen. Lassen Sie Ihr Telefon zurück und finden Sie einen ruhigen Ort, um ein gutes Buch zu lesen. Meditiere oder mache Yoga. Wenn Sie einen körperlichen Job haben, versuchen Sie sich etwas Zeit zum Ausruhen und Entspannen zu nehmen. Aber wenn Sie den ganzen Tag im Büro sitzen, dehnen Sie Ihre Muskeln, während Sie Ihre ruhige Zeit genießen. Unser vierter Vorschlag ist, eine Selbsthilfegruppe zu finden. Eine offizielle Selbsthilfegruppe mit wöchentlichen Treffen ist großartig, aber nicht jedermanns Sache. Es ist so wichtig, nur ein paar enge Freunde zu haben, mit denen Sie Ihre schlechten Tage teilen und die Ihnen helfen können, Unterstützung zu leisten. Auch nur eine Gruppe, die Ihrem Geist eine Pause von den täglichen Kämpfen gönnt, ist großartig, wie zum Beispiel ein Buchclub oder eine Kirchengruppe. Schließlich ist der fünfte einfache Weg, Ihren Geist nach einer harten Woche zu heilen, nichts zu tun. Oft haben wir das Gefühl, dass wir auch an unseren freien Tagen produktiv sein müssen. Wenn wir nicht bei der Arbeit sind, müssen wir putzen, lernen oder etwas für ein Nebengeschäft tun. Wir bekommen nie wirklich eine Pause, es sei denn, wir planen sie ein. Wenn du im Bett liegen und dich nicht bewegen willst, tu es. Wenn Sie gedankenlos durch soziale Medien scrollen oder ein dummes Spiel auf Ihrem Handy spielen möchten, verbringen Sie etwas Zeit damit. Lassen Sie Ihren Geist abschalten und tun Sie einfach eine Weile nichts. 5 Anzeichen dafür, dass Ihre körperlichen und geistigen Wesen getrennt sind Heute konzentrieren wir uns auf die geistige und körperliche Gesundheit. Ganz zu sein bedeutet, dass Ihre körperliche, geistige und geistige Gesundheit im Gleichgewicht bleibt, aber manchmal ist es nicht leicht zu sagen, wann man ausrutscht. Es kann besonders schwer zu sagen sein, wenn Ihr geistiges und körperliches Selbst getrennt sind. Es ist oft leicht zu sagen, wenn etwas körperlich nicht stimmt. Manchmal lässt du dich ausrutschen und gehst nicht ins Fitnessstudio oder vielleicht lässt du dich mehr trinken als normal und spürst jetzt die Kopfschmerzen. Die psychische Gesundheit ist jedoch manchmal schwerer zu sagen und es scheint, als würde Ihre körperliche Gesundheit nachlassen, obwohl Sie Ihre regelmäßigen Übungen beibehalten. Wenn dies passiert, können Sie die Maßnahmen, die Sie für die körperliche Gesundheit ergriffen haben, bis zum Äußersten steigern, z. b. Ihre Ernährung einschränken oder bis zum Punkt des Schadens trainieren. Stattdessen sollten Sie sich in diesen Zeiten oft Ihrer psychischen Gesundheit zuwenden, da diese oft die Schuldigen sind. Geistige und körperliche Gesundheit sind so eng miteinander verbunden, dass es schwer zu sagen ist, wenn Sie nicht zusammenarbeiten. Deshalb habe ich eine Liste mit fünf Anzeichen erstellt, auf die Sie achten sollten, wenn Sie das Gefühl haben, dass etwas nicht stimmt. Das erste ist ein geschwächtes Immunsystem. Wenn Sie sich gesund ernähren, Sport treiben, genug Sonne bekommen, sich aber oft krank fühlen oder sich schlecht fühlen, ist dies wahrscheinlich ein Problem für Ihre psychische Gesundheit. Wenn Sie ständig gestresst sind, kann Ihr Körper das Immunsystem nicht richtig funktionieren lassen. Es spielt keine Rolle, wie viele Vitamine Sie einnehmen. Dies ist eines der einfachsten Anzeichen dafür, dass etwas mit Ihrem geistigen und körperlichen Wesen nicht stimmt. Wenn Sie krank sind, Schmerzen haben oder müde sind, obwohl Sie körperlich viel richtig machen, achten Sie wahrscheinlich nicht genug auf Ihr geistiges Wohlbefinden. Ein zweites Zeichen ist die Gewichtszunahme. Wenn Sie sich nicht bemühen, mit der richtigen Ernährung und Bewegung an Gewicht zuzunehmen, sollten Sie nicht zunehmen. Wenn Sie an Gewicht zunehmen und keinen Grund dafür sehen, dann ist dies wahrscheinlich ein weiteres Zeichen dafür, dass Sie sich nicht um die psychischen Probleme kümmern. Wenn Sie gestresst, ängstlich oder deprimiert sind, speichert Ihr Körper Wasser und Fett und erhöht Ihr Gewicht, selbst wenn Sie die Kalorienziele erreichen oder unterschreiten. Mein drittes Zeichen ist, wenn Sie sich mehr als normal nach ungesunden Lebensmitteln sehnen. Ungesunde Lebensmittel sind normalerweise ein Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmt. Oft bedeutet dies, dass Sie versuchen, eine Lücke mit Nahrung zu füllen, anstatt das Problem anzuerkennen und zu versuchen, es zu lösen. Wenn Sie feststellen, dass Sie im Vergleich zu normal viel Junkfood wollen, versuchen Sie zu reflektieren und herauszufinden, was Ihnen fehlt und was Sie tun können, um dieses Problem zu beheben, anstatt das Problem einfach zu ignorieren und für eine vorübergehende Lösung zu essen. Das vierte Zeichen soll Ihnen zeigen, dass es Ihrer körperlichen Gesundheit mangelt. Wenn Sie feststellen, dass Sie durch Meditation und Achtsamkeit hart an Ihrer psychischen Gesundheit arbeiten, sich aber täglich schwer tun, einen Gehirnnebel zu überwinden, behandeln Sie Ihren Körper möglicherweise nicht richtig. Oft brauchen Sie mehr Schlaf oder besseres Essen. Das fünfte Zeichen konzentriert sich auch auf eine geringere körperliche Gesundheit. Vielleicht haben Sie bestimmte Dinge früher genossen, wie Zeichnen, Schreiben oder sogar das Anhören eines wirklich guten Podcasts. Wenn Sie diese trotzdem genießen möchten, aber Schwierigkeiten damit haben und an Ihrer psychischen Gesundheit arbeiten, essen Sie möglicherweise nicht richtig. Schlaf ist auch für den Genuss wichtig. Wenn Sie nicht richtig essen, schlafen oder trinken, können Sie feststellen, dass Sie das Leben nicht mehr so viel genießen wie früher. 5 einfache Praktiken, um Ihre körperliche, geistige und spirituelle Gesundheit zu meistern. Dieses Mal geben wir Ihnen einige einfache Übungen, um Meister Ihrer geistigen, körperlichen und spirituellen Gesundheit zu werden. Diese sollten einfach und leicht genug sein, dass Sie sie überall und zu jedem Zeitpunkt Ihres vollen Terminkalenders durchführen können. Wir werden zuerst über Meditation sprechen. Ich habe dies mehrmals in verschiedenen Videos erwähnt und ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist. Meditation ermöglicht es Ihnen, Ihren mentalen Stress abzubauen, sich Zeit für sich selbst zu nehmen und einfach nur den Moment zu spüren. Es ist leicht, sich in den kleinen Dingen und allem, was Sie erledigen müssen, zu verfangen. Aber nehmen Sie sich 10 bis 15 Minuten Zeit, um mit Ihrem Körper in Kontakt zu treten, konzentrieren Sie sich auf Ihre Atmung und denken Sie, dass positive Gedanken helfen können und nicht nur Ihre geistige Gesundheit. Indem Sie Stress und Angst reduzieren, können Sie auch Ihre körperliche Gesundheit verbessern und sich besser im Einklang mit Ihrer Spiritualität fühlen. Es ist leicht, an Ihrer Spiritualität zu zweifeln, wenn Sie gestresst sind und sich überfordert fühlen, daher ist es wichtig, sich die Zeit zu nehmen, Ihren Glauben zu bekräftigen. Die zweite Übung besteht darin, immer weiter zu lernen. Möglicherweise sind Sie über das schulpflichtige Alter hinaus oder haben festgestellt, dass eine traditionelle Lernumgebung einfach nichts für Sie ist. Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie auf das Lernen verzichten müssen. Studien zeigen, dass kontinuierliches Lernen während des gesamten Lebens wichtig ist, um Ihre mentalen Prozesse aufrechtzuerhalten. Es müssen auch nicht Fächer wie Algebra oder Biologie sein. Dinge, die Sie interessant finden, wie Ihr Lieblingsvogel, eine Blume außerhalb Ihres Hauses oder sogar ein neues Kochrezept, können allesamt als Lernen gelten. Sie können aber auch etwas über sich selbst lernen. Mehr über Ihren Körper, Ihre Spiritualität und Schritte zur Verbesserung Ihrer körperlichen Gesundheit zu erfahren, gilt ebenfalls als Lernen. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie immer versuchen, etwas Neues zu lernen, und geben Sie sich nicht mit dem zufrieden, was Sie wissen. Die dritte besteht darin, zu beten oder mit Ihrer Spiritualität in Kontakt zu bleiben, wie auch immer das für Sie funktioniert. Für einige ist das Beten eine Möglichkeit, Ihrer Religion näher zu bleiben, sich verbunden und gehört zu fühlen. Für andere erhöht ein Spaziergang im Wald und das Spüren der umgebenden Erde Ihre Spiritualität. Was auch immer für Sie funktioniert, spielt keine Rolle. Lassen Sie jedoch nicht zu, dass diese Momente der Verbindung aufgrund eines vollen Terminkalenders beiseite geschoben werden. Das bringt uns zu unserer vierten Übung. Folge einer Routine. Regelmäßige Bewegung, eine gesunde Ernährung und Zeiten für Meditation und spirituelle Übungen sind wichtig. Die Einhaltung eines ähnlichen Zeitplans ist eine großartige Möglichkeit, mit allem Schritt zu halten und die Übungen nicht auf der Strecke zu lassen. Das Einhalten eines Zeitplans kann auch helfen, Stress abzubauen. Wenn die meisten Ihrer Tage gleich sind, müssen Sie sich keine Gedanken darüber machen, sich an etwas zu erinnern oder es später einzufügen. Sie und Ihr Körper wissen, was von Ihnen erwartet wird. Es ist eine Art Frieden, wenn auch in Ihrem Leben alles an seinem Platz ist, ähnlich wie beim Auffüllen und Organisieren von Videos online. Meine fünfte Praxis und mein Rat an Sie ist, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Für diejenigen, die eher religiös sind, könnte dies eine Kirche oder ein wöchentliches Treffen mit Gleichaltrigen sein. Vielleicht sind Sie Teil eines Buchclubs oder eines Strickkreises. Solange Sie sich an einem Ort befinden, an dem Sie sich sicher und glücklich fühlen und Teil einer Gruppe sind. Dies gibt Ihnen Unterstützung, wenn Sie sich allein oder hilflos fühlen und verbessert Ihre psychische Gesundheit. Sie können Sie auch auf Ihre Ziele konzentrieren und verhindern, dass Sie bestimmte Praktiken vernachlässigen, indem Sie sie zur Rechenschaft ziehen. Dies sind die fünf einfachen Praktiken, die Sie anwenden können, um Ihre körperliche, geistige und spirituelle Gesundheit zu meistern. Keiner von Ihnen wird lange dauern und kann problemlos überall am Tag hineingeschlüpft werden. 5 Tipps um vergangene Traumata zu heilen und zu werden Heute werden wir über Traumata sprechen. Ein Trauma kann an jedem Punkt in unserem Leben auftreten und uns auf eine Weise schaden, die über unser Verständnis hinausgeht. Manchmal erkennen wir vielleicht nicht einmal das volle Ausmaß des Traumas, dem wir ausgesetzt waren und spüren nur die Auswirkungen davon. Zu anderen Zeiten schieben wir das Trauma beiseite und sagen uns, dass die Menschen es schlimmer hatten und viel besser damit umgehen als wir. Irgendwann müssen wir akzeptieren, dass wir mit einem Trauma konfrontiert sind, das unser Leben und Wachstum behindert. Aber wie heilen wir von diesen Traumata, besonders wenn wir sie so lange verleugnet haben? Wir werden fünf Tipps besprechen, um Ihr vergangenes Trauma zu heilen, um besser ganz zu werden. Zuerst müssen wir unser Trauma akzeptieren. Wir müssen akzeptieren, dass das, was passiert ist, uns geschadet hat, und es spielt keine Rolle, ob jemand Schlimmeres erlebt hat. Menschen waren sowohl an besseren als auch an schlechteren Orten als sie, und das ist einfach eine Tatsache des Lebens. Nur weil jemand Schlimmeres erlebt hat, macht das ihren Schmerz nicht weniger gültig. Es macht Dich nicht schwach. Der Prozess des Lernens, sich selbst zu vergeben und zu heilen, macht sie so viel stärker als die Menschen, die versuchen, die Last zu ignorieren oder stillschweigend zu schultern. Indem sie anerkennen, dass etwas nicht stimmt, machen sie den ersten Schritt zur Heilung. Zweitens müssen sie lernen, Unterstützung und Hilfe anzunehmen, wenn sie angeboten werden. Zu oft versuchen wir, unsere Sorgen und Lasten alleine zu schultern. Aber es gibt oft Leute, die helfen wollen. Familie, Freunde, Kollegen oder Leute im gleichen Club wie sie bieten oft alle auf ihre Weise Hilfe an. Unterstützung anzunehmen, wenn sie sich überfordert fühlen, ist ein weiterer Schritt zum Fortschritt. Du erkennst an, dass etwas nicht stimmt, und du bist nicht in der Lage, es alleine zu tun. Das ist keine Schwäche. Menschen sind soziale Wesen und stützen sich auf natürliche Weise auf andere, um Unterstützung zu erhalten. Lassen sie sich nicht von ihrer Angst oder ihrem Ego von der Heilung abhalten. Selbst wenn Dir jemand nur Tee, eine Schulter zum Ausweinen oder ein Ohr anbietet, lehne es nicht ab. Ein dritter Tipp ist, Pausen einzulegen. Sie müssen nicht ständig auf dem Weg der Heilung sein. Es müssen nicht immer Fortschritte gemacht werden. Dies führt dazu, dass sie langsamer werden und manchmal sogar rückwärts gehen. Machen Sie Pausen von ihrem Weg. Das Leben genießen, gute Momente finden, ein gutes Buch genießen. Tue Dinge, die Dich glücklich machen, als Belohnung für Fortschritte oder um Dir einfach einen Moment Zeit zum Durchatmen zu nehmen. Ein Trauma ist nicht leicht zu überwinden und Sie werden nicht alles an einem Tag erledigen. Erkennen Sie die Geduld an, die Sie für sich selbst aufbringen müssen und denken Sie daran, dass sowohl Ihr Geist als auch Ihr Körper manchmal eine Pause brauchen. Ein vierter wichtiger Tipp ist, Selbstfürsorge zu üben. Das bedeutet, sich Zeit zu nehmen, sich zu dehnen, zu meditieren und sich um seinen Körper zu kümmern. Gesund essen ist wichtig. In stressigen Zeiten möchtest Du vielleicht trinken, viel Junkfood essen oder Dich nach etwas Süßem sehnen. Diese Leckereien sind in Maßen gut, aber denken Sie daran, dass Sie gesund sein müssen, um sich gut zu fühlen. Mein fünfter und letzter Tipp ist, kreativ zu sein. Vielleicht magst Du es zu zeichnen, zu singen, zu schreiben oder sogar zu malen. Indem Sie kreativ sind, öffnen Sie sich dafür, Ihre Emotionen auf gesunde Weise herauszulassen. Kreativität kann Dir auch einen gesunden Weg bieten, Dein Trauma zu verarbeiten. Es muss nichts Perfektes sein, es muss ehrlich gesagt noch nicht einmal etwas Gutes sein. Wenn Sie langsam anfangen möchten, schreiben Sie Ihre Emotionen und Gedanken in ein Tagebuch und dekorieren Sie es mit Aufklebern. Deine Kreativität ist ein weiterer Teil Deines Wesens, der während eines Traumas geschädigt wird, also lass es wachsen und es wird Dir helfen zu heilen. Ganzsein beginnt bei Dir. Heute werden wir darüber sprechen, wie wir ganz sein können. Genauer gesagt, wie Ganzheit bei Dir beginnt. Wir haben dies in unseren vorherigen Gesprächen ein wenig besprochen, aber ich möchte es etwas detaillierter besprechen. Beginnen wir also mit einer Zusammenfassung. Wenn die meisten Menschen davon sprechen, ganz zu sein, stellen wir fest, dass dies normalerweise damit verbunden ist, mit einer anderen Person zusammen zu sein. Wenn Du Deinen Lebensgefährten findest, fühlst Du Dich ganz. Wenn in Deiner Beziehung etwas schief geht, fühlst Du Dich nur als Teil einer Person. Das ist jedoch nicht wirklich das, was einen Menschen vollständig macht. Es kann ein Teil davon sein, aber was jemanden ganz macht, ist das, was in ihm steckt. Ganz zu sein bedeutet an sich selbst zu glauben und sein wahres Selbst zu sein. Wir haben auch besprochen, dass Intuition der Schlüssel zum Ganzsein ist, wenn Sie lernen, auf Ihren Instinkt und Ihren Körper zu hören, um Probleme zu erkennen. Aber wie fangen wir an, ganz zu sein? Anstatt nach etwas von anderen zu suchen, um uns ganz zu machen, müssen wir uns zuerst auf uns selbst konzentrieren. Wie machen wir das? Wir müssen zuerst unsere Intuition verbessern. Dazu müssen wir unser Bewusstsein für unseren Körper und unsere Gedanken schärfen. Zu lernen, auf sich selbst zu hören, ist der Schlüssel zur Steigerung Ihrer Intuition. Im Laufe des täglichen Lebens verdrängen viele von uns ihre Bauchgefühle, Meinungen oder das, was unser Körper uns sagt. Es kann eine Weile dauern, aber wir müssen lernen, diese Gefühle wieder zu pflegen und sie nicht zu verdrängen. Dies kann schwierig sein, wenn wir nicht zuerst unsere Beziehung zu uns selbst verbessern. Wenn wir uns selbst nicht vertrauen oder an uns glauben, können wir unsere Intuition nicht fördern. Du musst lernen, dich selbst zu akzeptieren. Dies erfordert viel Liebe und Geduld und es wird schwierig sein, aber es ist das Erste, was sie tun müssen, um ganz zu werden. Wie bei jedem anderen müssen sie sich selbst vergeben, bevor sie wachsen können. Lerne dir selbst, die Fehler zu vergeben, die du gemacht hast, und die Zeiten, in denen deine Angst oder dein Ego dein Wachstum blockiert haben. Danke dir selbst für die Zeiten, in denen du mutig, abenteuerlustig oder etwas getan hast, das du tun wolltest. Sobald du gelernt hast, dir selbst zu vergeben, kannst du dein Herz vollständig dafür öffnen, dich selbst zu lieben. Schätzen sie ihren Körper und Geist für das, was sie getan haben, um sie so weit zu bringen und dafür, dass sie immer ihr Bestes geben. Sie sind ihr eigener schärfster Kritiker. Wenn sie bereit sind, anderen zu vergeben und sie mit Mitgefühl und Freundlichkeit zu behandeln, müssen sie auch bereit sein, sich selbst genauso zu behandeln. Erkenne, dass viele Kämpfe, die du führst, um nicht kritisiert zu werden, es besser zu machen, härter zu arbeiten, Kämpfe mit dir selbst sind. Wir machen uns ständig selbstfertig und gehen oft davon aus, dass andere genauso über uns denken. Was wir nicht erkennen ist, dass jeder mit diesen inneren Gedanken konfrontiert ist und so oft von ihnen verzehrt wird, dass er keine Zeit hat, andere zu kritisieren. Diejenigen, die im Allgemeinen versuchen, ihre inneren Gedanken zu vermeiden und sich stattdessen auf andere zu konzentrieren. Lerne also, dich selbst zu lieben, aber erkenne an, dass dies Zeit und Energie braucht. Du wirst viel Geduld brauchen, aber sobald du lernst, dir deine vergangenen Fehler zu vergeben und dich auf dein gegenwärtiges Selbst zu konzentrieren, kannst du erkennen, dass du ganz bist. Niemand sonst kann aus dir mehr oder weniger machen als das, was du bereits bist. Niemand sonst kann die Lücken in deinem Geist füllen, die dir fehlen, um dich besser zu machen. Sie müssen lernen, diese Risse selbst zu füllen. Intuition ist der Schlüssel zum Ganzsein. Heute werde ich Ihnen erklären, wie Intuition ein wichtiger Teil des Ganzseins ist. Intuition ist definiert als das Erlangen von direktem Wissen ohne offensichtliches, rationales Denken. Es gilt als grundlegend für spirituelle Erfahrungen. Zu glauben, dass es eine allmächtige Entität gibt, die die Menschen und das Universum regiert, erfordert Intuition. Wenn Sie keine Intuition haben, kann es schwierig sein, eine angemessene spirituelle Gesundheit zu haben. Intuition ist jedoch nicht nur für die geistige Gesundheit wichtig. Wenn Sie auf Ihren Körper und seine Bedürfnisse hören, kann es Ihnen sogar helfen, körperlich gesund zu bleiben. Viele Menschen können intuitiv erkennen, wenn etwas mit ihrem Körper nicht stimmt, wenn sie zuhören. Es nimmt sich Zeit zum Zuhören, was viele Menschen übersehen. Indem sie oft auf ihren Körper hören, können sie lernen zu erkennen, wenn etwas nicht stimmt. Es gibt viele Geschichten von Menschen, die das Gefühl hatten, wenn sie innerlich bluteten, obwohl es keine offensichtlichen Anzeichen gab. In anderen Fällen hat jemand immer wieder darauf gedrängt, dass ein Arzt nach einer Verletzung oder einem Tumor sucht, obwohl der Arzt bei den Vorsorgeuntersuchungen nichts Falsches festgestellt hat. Zu wissen, dass etwas mit ihrem Körper nicht stimmt, kann lebensbedrohliche Probleme frühzeitig erkennen. Nicht alle Situationen sind jedoch lebensbedrohlich. Manchmal kann ihnen die Intuition einfach dabei helfen, gesündere Gewohnheiten zu praktizieren. Wenn sie auf ihren Körper hören und den Unterschied zwischen dem, was ihr Körper braucht und dem, was er will, lernen, können sie bessere Entscheidungen treffen, wenn es um Speisen und Getränke geht, sowie um alles andere, was sie ihrem Körper zuführen könnten. Dies kann zu guten Gewohnheiten beitragen und dazu führen, dass sie sich besser fühlen. Wenn sie essen, trinken und sich bewegen, wenn sie es brauchen, werden sie sich in Bezug auf ihren Körper und ihre Entscheidungen besser fühlen. Intuition kann ihnen auch helfen, Stress abzubauen. Wenn sie auf ihren Körper und ihre Intuition hören, wissen sie, dass sie sich keine Sorgen machen müssen und die Dinge so funktionieren werden, wie sie sollten. Nicht jeder kann sich mehr mit seiner Intuition verbinden. In der schnelllebigen, lauten Welt um uns herum kann dieses angeborene Wissen leicht so gedämpft werden, dass sie es nicht hören können, selbst wenn sie versuchen zuzuhören. Geistig, körperlich oder spirituell an einem ungesunden Ort zu sein, kann auch diesen inneren Teil von dir dämpfen, der weiß, wenn etwas nicht stimmt. Zum Glück gibt es ein paar Übungen, mit denen sie diese Intuition wieder stärken können. Die erste ist körperliche Aktivität. Es ist wichtig, regelmäßig Sport zu treiben. Das muss kein kilometerlanges Laufen sein, bis sie sich nicht mehr bewegen können. Yoga, Walking, Tai Chi und sogar gründliche Hausreinigung können alle ein Schritt zur Steigerung ihrer körperlichen Aktivität sein. Durch das Training verbessern sie die Gehirnfunktion, erhöhen die nützlichen Hormone und verringern gleichzeitig die Schlechten und verbessern die Durchblutung. Dadurch kann sich ihr Gehirn vollständig mit ihrem Körper verbinden und wird nicht von Dingen wie Gehirnnebel überschattet. Das nächste ist Achtsamkeit und ruhige Zeit. Sich Zeit zum Meditieren zu nehmen ist sehr wichtig. Wenn sie wenig Zeit haben, kombinieren Aktivitäten wie Yoga und Tai Chi die beiden Praktiken. Da alles auf der Welt passiert und in Echtzeit gemeldet wird, kann es schwierig sein, einen wirklich ruhigen Moment zu finden. Zu lernen, sich Momente für sich selbst zu nehmen und ruhig zu sein, kann ihre Intuition und ihre Fähigkeit zuzuhören, wenn ihr Körper oder Geist sagt, dass etwas nicht stimmt, erheblich verbessern. Auch positive Gedanken sind wichtig. Sie möchten sich auf Gedanken konzentrieren, die ihr Leben positiv beeinflussen. Wenn sie in schlechten Gedanken oder negativen Emotionen stecken bleiben, kann ihre Intuition von diesen Gedanken getrübt oder überwältigt werden. Deine Intuition ist wichtig und der Schlüssel zu deiner Ganzheit, indem du deine geistige, geistige und körperliche Gesundheit verbesserst, also arbeite daran, auf deinen Körper zu hören. Intuitives Essen für körperliche, geistige und geistige Gesundheit Dieses Mal werden wir über unsere Ernährung und intuitives Essen sprechen. Intuitives Essen ist etwas, von dem vielleicht nicht jeder gehört hat, also beginne ich mit der Definition. Intuitives Essen ist im Wesentlichen das Gegenteil von Diäten. Die meisten Menschen arbeiten hart daran, dünn zu bleiben oder zu werden, und essen oder trainieren oft kaum über ein gesundes Maß hinaus. Intuitives Essen lehnt diese Ernährungskultur ab und konzentriert sich stattdessen auf die Beziehung der Menschen zum Essen. Dies kann bedeuten, dass sie essen, ohne ein Pfund zu verlieren, aber sie ihre Beziehung zum Essen und damit zu ihrem Geist und Körper verbessern. Die Ernährungskultur ist von Natur aus schlecht für ihre geistige, geistige und körperliche Gesundheit. Du ignorierst deinen Körper und Geist, wenn er sagt, dass er hungrig ist, anstatt zu versuchen ihm zu sagen, was er fühlen soll. Oft geht mit einer Diät auch ein schädliches Selbstbild einher, da man dünner und besser aussehend sein möchte. Du magst nicht, wie du aussiehst, und das kann zu einer Kluft zwischen deinem Geist und deinem Körper führen. Und oft, wenn sie in ungesunden Herrenhäusern essen, ignorieren oder erschöpfen sie ihre Energie, und der Optimismus lässt nach, was ihrer Spiritualität schaden kann, egal was es ist. Durch intuitives Essen lernen wir, auf unseren Körper zu hören. Wir essen, wenn wir hungrig sind. Wir hungern nicht, um ein bestimmtes Gewicht auf die Waage zu bringen, und wir essen nicht zu viel, um einen Teller fertig zu essen, oder weil wir gelangweilt oder verärgert sind. Iss nicht nach einem bestimmten Zeitplan oder weil du das Gefühl hast, dass du es musst. Wenn sie morgens um sechs hungrig sind, essen sie. Wenn sie bis zehn Uhr keinen Hunger haben, warten sie bis dahin. Im Allgemeinen empfehlen die meisten Menschen, ihren Hunger auf einer Skala von eins bis zehn einzustufen. Wenn sie bei sieben sind, ist es Zeit zu essen. Wenn sie warten, bis sie eine zehn erreicht haben, werden sie zu viel essen, während eine fünf nur bedeuten kann, dass sie gelangweilt oder verärgert sind. Auf diese Weise können sie ihre Intuition stärker fördern, über die wir als Schlüssel zum Ganzsein gesprochen haben. Zu lernen, wie man hungrig isst, hängt davon ab, ob man auf seinen Körper und Geist hört. Essen, was sie wollen, ist auch wichtig. Verbieten sie bestimmte Lebensmittel nicht, es sei denn, es gibt natürlich gesundheitliche Gründe, um gesund zu sein. Indem sie sich nicht erlauben, bestimmte Lebensmittel zu essen, steigern sie oft ihr Verlangen, sie zu haben, und wenn sie nachgeben, was sie werden, werden sie mehr essen, als sie hätten, wenn sie das Essen überhaupt erst gegessen hätten. Wie ihr Fortschritt, um ganz zu sein, erfordert intuitives Essen viel Geduld, Mitgefühl und Freundlichkeit. Probleme mit übermäßigem Essen stammen oft aus früheren Erfahrungen oder Traumata und müssen wie an jedem Teil davon bearbeitet werden. Wenn sie Albträume von früheren Erfahrungen haben, machen sie sich keine Vorwürfe dafür. Du akzeptierst es einfach als Teil des Prozesses und belohnst dich, wenn es dir besser ist. Nicht-intuitives Essen ist auf die gleichen Traumata zurückzuführen, aber die Menschen sind beim Essen oft nicht so geduldig mit sich selbst wie bei anderen Symptomen. Es ist genauso wichtig, also gib dir die Zeit, die es braucht, um es zu beheben. Es gibt viele Stigmata in Bezug auf Ernährung, Ernährung und ernährungsbezogene Gesundheit, die dazu führen, dass wir diesem Schritt kritischer gegenüberstehen als anderen Teilen unseres Fortschritts, aber es ist nicht anders. Wir essen genauso, wie wir uns schädliche Gesundheitspraktiken oder negative Gedanken aussuchen. Es ist oft etwas, was wir automatisch tun und ohne die Absicht uns selbst zu schaden. Dies ist nur ein weiterer Schritt in Richtung Heilung. Es geht darum, ihr schädliches Selbstbild anzuerkennen und zu versuchen, die Leere, die sie fühlen, mit Nahrung zu füllen. Wenn sie intuitives Essen beherrschen, machen sie einen weiteren Schritt in Richtung körperliche, geistige und spirituelle Ganzheit, und zwar einen ziemlich großen noch dazu. Kümmere dich um deinen Geist, um dich um deinen Körper zu kümmern. In diesem Vortrag werden wir die Bedeutung ihrer psychischen Gesundheit für ihren Körper besprechen. Es ist ziemlich offensichtlich, dass ihre geistige Gesundheit von ihrem Körper abhängt. Wenn sie mit dem Aussehen ihres Körpers nicht zufrieden sind, werden sie oft selbstbewusster und unsicherer. Es gibt auch viele Studien, die zeigen, dass Bewegung nicht nur ihren Körper strafft, sondern auch den Gehirnnebel reduziert und das Gedächtnis und die Klarheit verbessert. Was die meisten Menschen jedoch übersehen ist, dass ihre geistige Gesundheit auch ihren Körper beeinflusst. Ich meine nicht nur, dass sie nicht so viel Fett verbrennen werden, wenn sie sich nicht in der Lage fühlen, Sport zu treiben, obwohl das auch einen großen Teil davon ausmacht. Was ich meine ist, dass es auch Studien gibt, die zeigen, dass sie in diesen aktuellen Zeiten umso wahrscheinlicher an einer Erkältung, Grippe oder sogar Covid erkranken, je gestresster sie sind. Daher ist es wichtig, dass sie sich zu gleichen Teilen um ihren Geist und ihren Körper kümmern. Lassen Sie uns besprechen, wie es aussieht, wenn sie sich um ihren Geist kümmern, um sich um ihren Körper zu kümmern. Bei so viel, an das man ständig denken muss, wie Rechnungen, Versicherungen, Gehalt und Familie, kann es schwierig sein, sich nicht die meiste Zeit überfordert oder gestresst zu fühlen. Die meisten Menschen berichten, dass sie sich zumindest für einen Teil ihres Lebens ängstlich fühlen. Stress und Angst erzeugen beide eine Kampf- oder Fluchtreaktion in ihrem Körper, die zu einem Anstieg von Hormonen wie Cortisol oder Adrenalin führt. Diese sind zu bestimmten Zeiten wichtig, aber wenn sie immer in großen Mengen ausgeschüttet werden, führt das zu einem hormonellen Ungleichgewicht. Diese Hormone können ihren Ruhepuls über den empfohlenen Wert hinaus erhöhen, was zu Herzproblemen führen kann. Entzündungen im Körper können auch im Körper auftreten und zu Schmerzen und Schmerzen sowie zu einer unzureichenden Durchblutung führen. Sogar Verdauungsprobleme können auftreten. Das Reizdarmsyndrom ist eines der Symptome, die auftreten können, wenn ihre psychische Gesundheit in einem schlechten Zustand ist. Menschen neigen auch dazu, zu einem höheren Niveau des Drogenmissbrauchs abzudriften, wenn sie gestresst, depressiv oder ängstlich sind. Wie sie sehen können, kann sich eine nachlassende psychische Gesundheit auf fast jeden Teil ihres Körpers auswirken, von ihrem Immunsystem bis zu ihrem Magen. Aus diesem Grund ist es so wichtig, die geistige und körperliche Gesundheit in guter Qualität zu erhalten. Was sind also einige Schritte, die sie unternehmen können, um ihre psychische Gesundheit zu verbessern? Witzigerweise fängt es bei der körperlichen Gesundheit an. Wie ich eingangs erwähnt habe, kann Bewegung helfen, den Kopf frei zu bekommen und das Gedächtnis zu verbessern. Aktiv bleiben ist der Schlüssel, auch wenn es nur ein paar Mal pro Woche ist. Meditation und Achtsamkeit sind zwei weitere wichtige Bestandteile des Umgangs mit psychischer Gesundheit. Es ist auch wichtig, dass sie in der Lage sind, ihren Geist zu klären und Stress und Angst abzubauen. Es hilft nicht viel, sich zu bewegen, wenn sie sich Sorgen um all die Rechnungen machen, die sie dabei bezahlen müssen. Es gibt Zeiten, in denen man Stress hat, und es gibt Zeiten, in denen man loslassen kann. Es kann hilfreich sein, sich Zeit zum Meditieren zu nehmen und sich auf die Atmung zu konzentrieren. Sie können es ihnen auch ermöglichen, sich auf das Positive zu konzentrieren und diese Gedanken in den Vordergrund zu rücken, anstatt in Stress und Angst vor Dingen zu verweilen, die sie im Moment nicht ändern können. Manchmal kann es gut sein, andere Wege zu finden, um Stress abzubauen. Z. B. Mit einem Haustier zu spielen, Zeit in der Natur zu verbringen, genug Sonnenlicht zu bekommen oder sogar ein Tagebuch zu führen. Es geht darum, sich die Zeit zu nehmen, ihre psychische Gesundheit zu erfahren und herauszufinden, was für sie funktioniert. Wenn sie ins Fitnessstudio gehen oder Sport treiben, bemühen sie sich, etwas zu finden, das ihnen Spaß macht oder das sich für ihren Körper am besten anfühlt. Es ist wichtig, dasselbe für ihren Geist zu tun. Die Beziehung zwischen Spiritualität und ihrer Gesundheit Während dieses Vortrags werde ich mich auf die Diskussion der Beziehung zwischen Spiritualität und Gesundheit konzentrieren. Auf den ersten Blick scheint es keine Verbindung zwischen den beiden zu geben, aber Spiritualität kann ihre Gesundheit, insbesondere die geistige Gesundheit, sowohl positiv als auch negativ stark beeinflussen. Spiritualität war bis in die Neuzeit immer mit Heilung verbunden. Bis Ärzte zu einer alltäglichen Sache wurden, gingen die Menschen oft zu ihren religiösen Führern, um ihre Beschwerden und Verletzungen zu heilen. Es macht Sinn, dass die Religion auch in der heutigen technologischeren und kälteren Gesellschaft immer noch eine große Rolle in unseren Heilungsprozessen spielt. Einer der häufigsten Wege, wie Spiritualität jemandem nützt, ist das Beten. Beten ist im Wesentlichen Meditation und Meditation hat viele Vorteile, wie Z. B. Niedrigeren Blutdruck und Stress Stress kann nicht nur ihre geistige Gesundheit, sondern auch ihre körperliche Gesundheit beeinträchtigen. Studien haben gezeigt, dass Menschen, die häufig gestresst sind oder über einen längeren Zeitraum ein höheres Stressniveau haben, tendenziell ein schwächeres Immunsystem haben. Das bedeutet, dass sie durch das Beten ihr Risiko einer Erkältung, Grippe oder sogar Covid verringern und sich tagsüber besser fühlen. Diejenigen, die religiöser sind, schneiden in der Regel auch besser ab, wenn sie mit großen Gesundheitsproblemen wie Krebs oder einer chronischen Krankheit umgehen. Sie neigen dazu, die Situation als Herausforderung zu sehen, um ihren Glauben zu beweisen und nicht als zufälligen unglücklichen Unfall. Es gibt den Menschen den Antrieb, auch in schwierigen Situationen, in denen andere aufgeben könnten, weiter voranzukommen. Dies gilt auch im Angesicht des Todes. Wenn jemand stirbt, gehen seine Angehörigen alle unterschiedlich mit dem Trauerprozess um. Diejenigen, die an ein Leben nach dem Tod, eine Wiedergeburt oder einen besseren Ort nach dem Tod glauben, gehen tendenziell besser mit der Trauer um, da sie eine positive Einstellung zum Leben nach dem Tod haben und das Gefühl haben, dass ihre geliebte Person an einem besseren Ort ist oder dass sie sie sehen werden bald wieder. Gemeinschaft ist auch ein weiterer positiver Effekt der Spiritualität. Wenn Sie in einer liebevollen und unterstützenden Gruppe sind, die ähnliche Überzeugungen teilt, achtet jedes Mitglied immer auf die anderen. Wenn Sie krank werden, bringen Ihnen die Leute vielleicht Essen, passen auf Ihre Kinder auf und behalten sie sogar in ihren Gedanken und Gebeten. Dies kann helfen, den Stress zu reduzieren, der entsteht, wenn man versucht, alles zu erledigen, während man krank ist. Sie können sich darauf konzentrieren, besser zu werden und sich schneller zu erholen. Spiritualität und Gesundheit gehen jedoch nicht immer Hand in Hand. Je nach Religion kann es manchmal als schlecht angesehen werden, bestimmte medizinische Praktiken zu akzeptieren. Ein gutes Beispiel sind Jehovas Zeugen. Viele Mitglieder dieser religiösen Organisation glauben, dass die Einnahme von Bluttransfusionen gegen Gottes Willen verstößt, selbst wenn es ihr eigenes Blut ist. Das bedeutet, dass sich diese Menschen in bestimmten lebensbedrohlichen Situationen zwischen ihrer Religion und ihrem Leben entscheiden müssen. Wenn sie das Blut nehmen, können sie aus ihrer Gemeinschaft verstoßen werden. Abhängig von der Gemeinschaft, in der sie sich befinden, kann Spiritualität eine negative Rolle für die geistige und körperliche Gesundheit spielen. Wenn sie Teil einer Gruppe sind, die möglicherweise nicht ihre besten Interessen im Sinn hat oder sogar nicht mit ihrem Lebensstil arbeitet, können negative gesundheitliche Folgen auftreten. Es ist wichtig, sich auf eine Spiritualität zu konzentrieren, die ihren Überzeugungen und Bedürfnissen entspricht, und eine Gemeinschaft zu haben, die sie gerne treffen, um ihre geistige Gesundheit zu stärken und Stress abzubauen. Spiritualität ist sehr wichtig, aber auch ihre Gesundheit. Sie müssen eine gute Balance zwischen den beiden finden. Wenn sie dieses Gleichgewicht finden, werden sie feststellen, dass ihre Spiritualität und ihre Gesundheit zusammenarbeiten können, um ihr Leben durch Synergie zu verbessern. Wenn sie jedoch nicht zusammenarbeiten, können sie feststellen, dass ihre geistige Gesundheit dramatisch abnehmen kann, während sie gleichzeitig an ihrer Spiritualität zweifeln. Was bedeutet ganz sein? Dieses Mal werde ich darüber sprechen, ganz zu sein und was es bedeutet. Solche Sätze hören wir oft. In romantischen Filmen neigen Menschen dazu, sich ganz zu fühlen, wenn sie ihre wahre Liebe treffen. Die Leute sagen auch, dass sie einen Teil von sich selbst verloren haben, wenn sie auch eine Scheidung oder Trennung durchmachen. Trotz dieser häufigen Verwendungen hat ganz sein mehr mit dir selbst zu tun als mit anderen Menschen. Tatsächlich ist die Definition des Ganzen eine Sache, die an und für sich vollständig ist. Daher können sie sich ganz fühlen, ohne von jemand anderem abhängig zu sein, um fehlende Teile zu ergänzen. Das ist nicht immer leicht zu akzeptieren. Schon früh in unserem Leben wird uns beigebracht, dass andere Menschen unsere Ganzheit beeinflussen und dass die Meinungen und Erwartungen der Menschen an uns sehr wichtig sind. Einige von uns können aufgrund unserer individuellen Probleme sogar Schwierigkeiten haben, Liebe anzunehmen. Wir verbringen unsere Tage damit so sehr zu versuchen, perfekt zu sein, dass wir dabei tatsächlich etwas von uns selbst verlieren. Was bedeutet es also, ganz zu sein, wenn es nicht von jemand anderem abhängt? Ganz sein bedeutet, wir selbst zu sein und an uns zu glauben. Du hast nicht das Bedürfnis, alles an dir zu ändern oder deine Leidenschaften zu verbergen, um dich anzupassen. Du glaubst nicht, dass du zu viele Probleme hast, um geliebt zu werden, und erkennst stattdessen, dass niemand perfekt ist. Der größte Faktor, um ganz zu sein, ist gesund zu sein. Nicht nur körperlich gesund, sondern auch geistig und seelisch. Wenn es uns an Spiritualität mangelt oder wir aufgrund von Angst oder Stress eine schlechte geistige Gesundheit haben, werden wir damit kämpfen, ganz zu sein. Wut, Sorgen und Ängste, an denen wir festhalten, sind Dinge, die dazu führen, dass wir einen Teil unserer Ganzheit verlieren. Bei allem, was wir zu tragen versuchen, und jeder verborgenen Last, die wir tragen, müssen wir einen Teil von uns fallen lassen, um es zu tragen. Ich habe es bei fast jeder Episode gesagt, die ich gemacht habe, und ich werde es noch einmal sagen. Meditieren ist so wichtig. Es erlaubt ihnen, in sich selbst zu schauen und zu finden, was ihnen fehlt, um sich ganz zu machen. Sie können sich auf positive Gedanken konzentrieren und einige ihrer Belastungen und Sorgen ablegen. Sich gesund zu ernähren ist eine weitere großartige Möglichkeit, ganz zu sein, und ist ein großartiges Zeichen dafür, dass wir dabei sind, unser Bestes selbst zu sein. Wenn Menschen zu viel essen und sich auf ungesunde Lebensmittel wie Zucker im Überfluss konzentrieren, ist dies normalerweise ein Zeichen dafür, dass sie versuchen, etwas zu füllen, das mit Essen fehlt. Drogenmissbrauch ist ein weiteres großartiges Beispiel dafür. Wenn Menschen nicht ganz sind, wenden sie sich schädlichen Praktiken zu, in der Hoffnung, die Lücke zu füllen. Indem sie also in der Lage sind, Versuchungen zu vermeiden und achtsame Gewohnheiten zu üben, können sie zeigen, dass sie keinen Teil von sich vermissen, der eine vorübergehende Lösung benötigt. Wenn sie sich endlich ganz fühlen, werden sie sich erfüllt und vollständig fühlen. Menschen, die sich oft als Hülle oder Geist einer Person bezeichnen, sind Menschen, denen viel von sich selbst fehlt und die weit davon entfernt sind, sich ganz zu fühlen. Um vollständig zu sein, müssen sie ein Gleichgewicht zwischen ihrem mentalen, physischen und spirituellen Selbst finden. Wenn auch nur einer davon rutscht, kann es ihnen vorkommen, als würde alles auseinanderfallen. Sie können sich nicht nur auf die Spiritualität konzentrieren und hoffen, dass der Rest folgt, oder Sport treiben, bis sie nicht mehr gehen können, und hoffen, dass sich auch ihre geistige Gesundheit verbessert. Jedes Stück muss mit Sorgfalt und Geduld gepflegt werden, um das Beste selbst zu werden, das sie sein können, und um wirklich, wirklich ganz zu sein. 9 Tipps die Geist-Körper-Verbindung zu verbessern, die nichts kosten Die Geist-Körper-Verbindung ist die Weise, wie unsere Gedanken, Gefühle und Emotionen unseren körperlichen Zustand beeinflussen. Eine starke Geist-Körper-Verbindung kann uns helfen, gesünder, glücklicher und widerstandsfähiger zu sein. Aber wie können wir diese Verbindung verbessern, ohne viel Geld auszugeben? Hier sind 9 Tipps, die du ausprobieren kannst. 1. Achte auf deine Atmung Die Atmung ist eine der einfachsten und effektivsten Möglichkeiten, um den Geist zu beruhigen und den Körper zu entspannen. Versuche jeden Tag ein paar Minuten bewusst tief und langsam zu atmen und beobachte, wie sich dein Stresslevel senkt. 2. Meditiere regelmäßig Meditation ist eine Praxis, die dir hilft, dich auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren und negative Gedanken loszulassen. Du brauchst kein teures Zubehör oder einen speziellen Ort, um zu meditieren. Du kannst es überall und jederzeit tun, indem du einfach deine Augen schließt und deiner Atmung folgst. 3. Bewege dich täglich Körperliche Aktivität ist nicht nur gut für deine Gesundheit, sondern auch für deine Stimmung. Bewegung setzt Endorphine frei, die dich glücklicher machen und deine Schmerzen lindern. Du musst kein Fitnessstudio besuchen oder eine Sportart ausüben, die dir keinen Spaß macht. Finde etwas, das dir gefällt und das du regelmäßig machen kannst, wie spazieren gehen, tanzen oder Yoga. 4. Pflege deine sozialen Beziehungen Wir sind soziale Wesen und brauchen den Kontakt und die Unterstützung von anderen Menschen, um uns wohlzufühlen. Nimm dir Zeit für deine Familie und Freunde und suche dir Gleichgesinnte, mit denen du deine Interessen teilen kannst. Du kannst auch online nach Gruppen oder Foren suchen, die sich mit Themen beschäftigen, die dich interessieren. 5. Schreibe ein Tagebuch Das Schreiben eines Tagebuchs ist eine gute Möglichkeit, um deine Gedanken und Gefühle auszudrücken und dich selbst besser kennenzulernen. Du kannst schreiben, was immer du willst, ohne dich um Grammatik oder Rechtschreibung zu kümmern. Du kannst auch dankbar sein für die Dinge, die du hast oder erlebst oder dir Ziele setzen, die du erreichen möchtest. 6. Lerne etwas Neues Das Lernen neuer Fähigkeiten oder Wissensbereiche kann deinen Geist stimulieren und dein Selbstvertrauen stärken. Du kannst online nach kostenlosen Kursen oder Tutorials suchen, die dich interessieren, oder dir ein Buch oder ein Magazin besorgen, das dir etwas Neues beibringt. 7. Höre Musik oder mach Musik Musik hat eine starke Wirkung auf unsere Emotionen und kann uns helfen, uns zu entspannen oder zu motivieren. Du kannst Musik hören, die dir gefällt oder die zu deiner Stimmung passt, oder du kannst selbst Musik machen, indem du singst oder ein Instrument spielst. 8. Sei kreativ Kreativität ist eine Form des Ausdrucks und der Selbstentfaltung. Du kannst deiner Kreativität freien Lauf lassen, indem du malst, zeichnest, bastelst oder etwas anderes machst, das deine Fantasie anregt. Du musst kein Kunstwerk schaffen oder ein Experte sein. Das Wichtigste ist, dass du Spaß hast und dich selbst ausdrückst. 9. Verbringe Zeit in der Natur Die Natur ist eine Quelle der Inspiration und der Heilung für unseren Geist und unseren Körper. Die Geist-Körper-Verbindung Die Geist-Körper-Verbindung ist die Idee, dass der Geist und der Körper nicht getrennt sind, sondern eng miteinander verbunden sind. Das bedeutet, dass unser Denken, Fühlen und Verhalten sich auf unsere körperliche Gesundheit auswirken können, und umgekehrt. Es gibt viele Beweise für die Existenz der Geist-Körper-Verbindung. Zum Beispiel haben Studien gezeigt, dass Stress zu körperlichen Problemen wie Herzerkrankungen, Bluthochdruck und Diabetes führen kann. Auch positive Emotionen wie Glück und Liebe können sich positiv auf unsere körperliche Gesundheit auswirken. Es gibt viele Möglichkeiten, die Geist-Körper-Verbindung zu stärken. Dazu gehören Gesunde Ernährung Eine gesunde Ernährung versorgt unseren Körper mit den Nährstoffen, die er zum Funktionieren benötigt. Regelmäßige Bewegung Bewegung fördert die Durchblutung und den Sauerstofffluss im Körper, was zu einer besseren Funktionsweise der Zellen führt. Genügend Schlaf Schlaf ist wichtig für die Reparatur und Regeneration des Körpers. Stressmanagement Stress kann zu körperlichen Problemen wie Kopfschmerzen, Magenschmerzen und Schlaflosigkeit führen. Es gibt viele Möglichkeiten, Stress zu managen, wie Z. B. Entspannungstechniken, Meditation und Yoga Positiv denken Positive Gedanken können unsere Stimmung und unsere körperliche Gesundheit verbessern. Die Geist-Körper-Verbindung ist ein komplexes Thema, das noch nicht vollständig verstanden ist. Es gibt jedoch viele Beweise dafür, dass der Geist und der Körper eng miteinander verbunden sind und dass wir unsere Gesundheit durch unsere Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen beeinflussen können. Schlusswort Die Geist-Körper-Verbindung ist ein faszinierendes Thema, das viele Aspekte unseres Lebens beeinflusst. Wie wir denken, fühlen und handeln, hat einen direkten Einfluss auf unsere körperliche Gesundheit und unser Wohlbefinden. Umgekehrt können unsere körperlichen Zustände unsere geistige und emotionale Verfassung beeinflussen. Indem wir uns bewusst werden, wie diese Verbindung funktioniert und wie wir sie stärken können, können wir unser Potenzial entfalten und ein erfüllteres Leben führen. In diesem Buch haben wir einige der wichtigsten Erkenntnisse aus der Forschung und Praxis über die Geist-Körper-Verbindung vorgestellt und praktische Tipps gegeben, wie wir sie in unserem Alltag nutzen können. Wir hoffen, dass Sie dieses Buch inspirierend und nützlich finden und dass es Ihnen hilft, Ihre eigene Geist-Körper-Verbindung zu verbessern. Mit freundlichen Grüßen Norbert Reinwand Weitere Bücher von mir finden Sie bei Amazon und bei HasenChat Audiobooks unter hasenchat.net Besuche uns auch bei Amazon Music und höre HasenChat Music kostenlos. Redaktion Weitere properly 雪 Wiritere